Hallo und herzlich willkommen zu Inside AI, unserer Videoreihe zum Thema generative künstliche Intelligenz und den Chancen und Anwendungsbeispielen für die Industrie. Wir haben in den vergangenen Monaten gemeinsam mit unseren Partnern aus der Industrie schon eine Vielzahl an möglichen Use Cases identifiziert, an denen wir auch aktiv arbeiten. Und in dieser Videoreihe werde ich einige Beispiele herauspicken und aufzeigen, wie diese Tools in den unterschiedlichen Unternehmensbereichen eingesetzt werden können. Vom Management über das Thema der Produktentwicklung bis hin zum Thema Produktion, Qualitätssicherung, Logistik oder auch sowas wie Marketing. Wenn wir uns den Produktentwicklungsprozess anschauen, der ein Fokusthema hier am Fraunhofer IEM ist, dann gibt es ein Modell, das nennt sich das V-Modell, das aufzeigt, wie man von der ersten Idee bis hin zur Produktherstellung bzw. dem Betrieb oder dem Aftermarket-Service verschiedene Stationen, verschiedene Prozesse durchlaufen kann. Zum Beispiel haben wir einen ersten Demo-Use Case für das Thema Anforderungen erstellt, Requirements GPT, was mir ermöglicht, auf Basis erster Beschreibung einer Produktidee Stück für Stück Anforderungen abzuleiten, die dann genutzt werden können, um den Produktentwicklungsprozess zu beschleunigen. Das ist nun ein Demo-Use Case. Es geht hier gar nicht so sehr um das Was, sondern eher um das Wie. Nämlich, wir geben dem Nutzer in jedem Schritt die Möglichkeit, die Zwischenergebnisse zu sich zu überprüfen, zu verbessern, anzupassen und haben quasi eine Art Human-in-the-Loop-Ansatz. Und das ist auch etwas, was tatsächlich in der industriellen Anwendung sehr spannend sein wird, denn ein End-to-End-Ansatz, das heißt, ich gebe dem Tool eine Aufgabe und ich erwarte am Ende eine perfekte Lösung oder ein perfektes Ergebnis, da stehen wir noch nicht. Wenn ich aber kleinschrittig vorgehe und das Tool nutze, um beispielsweise meine Ideen anzureichern oder neue Ideen zu generieren, dann kann ich diese Ergebnisse natürlich nutzen und den Prozess mit Unterstützung des Tools deutlich schneller und vielleicht auch deutlich besser zu durchlaufen. Und das wollen wir hiermit aufzeigen. Unser Forschungsschwerpunkt hier am Fraunhofer IEM ist das Model-Based Systems Engineering. Das heißt, die modellgestützte Entwicklung, bei der man zu jedem Schritt in der Produktentwicklung ein zugrunde liegendes Modell nutzen kann, beziehungsweise verschiedene Sichten auf dieses Modell. Und wenn wir uns diesen Use Case einmal anschauen, dann kann man mit diesen Tools in Zukunft automatisch Modelle generieren lassen, wie beispielsweise hier ein Systemmodell. Man gibt einige Kenndaten an, einige Anforderungen und das System kann mir automatisch einzelne Systembestandteile vorschlagen und auch die Verknüpfung zwischen diesen einzelnen Komponenten erstellen. Das Thema Design spielt auch eine Rolle. Es gibt beispielsweise Ansätze, die aus Punktwolken CAD-Modelle erstellen. Das wird insbesondere dann interessant, wenn wir beispielsweise das Thema Text-to-3D nutzen, bei der aktuell eine Art Punktwolke erzeugt wird. Im weiteren Schritt kann man sich dann auch vorstellen, dass aus diesen Modellen entsprechende Fertigungsdaten abgeleitet werden. Der Anbieter Sue beispielsweise hat schon ein Tool entwickelt, mit dem man auf Basis von Textbeschreibungen CAD-Daten ableiten kann. Das funktioniert für einfache Geometrien bereits sehr gut. Für komplexe Geometrien funktioniert es aktuell noch nicht so gut. Das ist aber nur eine Frage der Zeit, bis auch das weiter verbessert wird. Wenn wir das dann einen Schritt weiter denken, in Richtung Herstellung, Produktion, dann gibt es Anbieter, die daran arbeiten, aus CAD-Modellen automatisch den Maschinensteuerungscode, sogenannten CAM-Code, zu generieren. Das heißt, auch hier wird der Prozess deutlich beschleunigt und ich versetze sogar gegebenenfalls Unternehmen, die die Expertise nicht haben, in die Lage, diese Produkte auf Maschinen herzustellen. Auch das ist aktuell natürlich limitiert, aber auch hier ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis es so gut ist, dass man beliebige Geometrien in entsprechenden Maschinencode übersetzen kann. Im Gegensatz zu Tools wie JetGPT besteht die Limitierung aktuell hier drin, dass die zugrunde liegenden Daten nicht öffentlich verfügbar sind. Das heißt, es gibt noch keine Modelle, die auf Basis aller verfügbaren CAD-Modelle trainiert worden sind. Das heißt, hier ist es davon abhängig, was die Unternehmen, die die entsprechende Expertise besitzen, selber entwickeln, welche Daten sie freigeben, um solche Modelle zu trainieren. Was heißt das aber jetzt für uns? Wenn wir uns die aktuell verfügbaren Tools anschauen, dann können wir davon ausgehen, dass wir einen gewissen Prozentsatz unserer täglichen Arbeit bereits sehr gut durch diese Tools durchführen lassen können. JetGPT kann noch keinen Job ersetzen. Es kann aber einige Aufgaben übernehmen innerhalb verschiedener Jobs. Und das Interessante ist, dass es im Gegensatz zu noch vor wenigen Jahren, wo man davon ausgegangen ist, dass die Wissensarbeit nicht so einfach durch KI zu automatisieren ist, auf einmal ein Tool gibt, was die Wissensarbeit insbesondere betrifft. Da stellt sich natürlich die Frage, was mit den restlichen 90 Prozent ist. Und hier wird es davon abhängig sein, welche Daten wir für das Training neuer Modelle haben, um auch diese restlichen 90 Prozent immer weiter automatisieren zu können. Diesem System blind zu vertrauen, ist aktuell keine gute Idee, aber auf der anderen Seite sollte man auch Menschen nicht blind vertrauen. Im Gegensatz zu Menschen kann eine KI aber keine Verantwortung übernehmen. Deshalb sind die Anwendungsfälle aus unserer Sicht sehr interessant, wo ein Mensch in jedem Schritt eingebunden wird, Feedback geben kann, die Ergebnisse prüfen kann, anpassen kann und so quasi eine Art Human-in-the-Loop-Ansatz gefahren wird. Für Unternehmen ist es wichtig, die Potenziale rechtzeitig zu erkennen, sich die Frage zu stellen, in welchen Anwendungsfeldern im eigenen Unternehmen diese Tools jetzt schon eingesetzt werden könnten, Mitarbeiter zu qualifizieren, einzubinden und insbesondere auch darüber nachzudenken, wie sich die Arbeit dieser Mitarbeiter verändern wird, was es für die Zukunft der Mitarbeiter im Unternehmen heißen wird. Auch das Thema der Sicherheit ist natürlich ein wichtiger Aspekt. Diese Lösungen, wenn sie im Unternehmenskontext eingesetzt werden, müssen natürlich sicher sein. Das heißt einmal das Thema Datensicherheit gewährleisten, aber natürlich auch das Thema der IT-Sicherheit und der funktionalen Sicherheit erfüllen. Und hier ist es wichtig, dass man frühzeitig die richtigen Fragen stellt und falls erforderlich, sich externe Kompetenzen ins Haus holt, die einen dabei unterstützen, diese Lösungen zu entwickeln. Was nehmen wir also mit? Wir sind zum einen mit einer enormen Innovationsgeschwindigkeit konfrontiert, die schneller ist als alles, was wir bisher erlebt haben. Diese Tools können uns in bestimmten Tätigkeiten bereits jetzt sehr gut unterstützen und uns die Arbeit erleichtern, beschleunigen, teilweise sogar die Qualität erhöhen. Die Technologie ist extrem zugänglich. Im Prinzip kann jeder, der über einigermaßen anständige Hardware verfügt, einige dieser Modelle lokal ausprobieren oder aber auch in Cloud-Umgebungen nutzen und dabei austesten, wo diese Tools gut sind, wo diese Tools vielleicht noch ihre Grenzen haben. Und ich plädiere auf jeden Fall dafür, diese Tools auszutesten, denn es ist etwas ganz anderes, berichtet darüber zu lesen, was diese Tools können und es selber zu erleben, selber auszutesten. In der Beschreibung findet ihr zahlreiche Links zu den unterschiedlichen Tools, von denen die meisten kostenfrei nutzbar sind. Wir müssen dabei natürlich immer darauf achten, wofür wir diese Tools einsetzen möchten. Im Prinzip ist es so wie bei allen anderen Technologien. Die Technologie an sich ist nicht böse oder gut. Wie wir die Technologie nutzen, macht es böse oder gut. Deshalb sollten wir natürlich verantwortungsvoll damit umgehen. Gerade im Bereich Text-to-Image bzw. dem Nachtrainieren von solchen Modellen ist in jedem Fall geboten, dass man Persönlichkeitsrechte wahrt und dementsprechend einen verantwortungsvollen Umgang pflegt. Ja, ich hoffe, dass ich euch einen guten Überblick über das Thema generative KI geben konnte. Und in den weiterführenden Videos werde ich dann explizit auf die unterschiedlichen Tools eingehen und darstellen, was alles jetzt schon möglich ist und wie wir diese Tools auch geschickt miteinander kombinieren können, um insbesondere industrielle Anwendungsfälle damit umzusetzen. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, abonniert gerne unseren Kanal, lasst uns einen Daumen hoch da und bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020